2 0 7 0 Sebastian Reitz aus Rostock Lars Peti Reit brämmt im Ziel Klasse Leistung 2 7 6 3 Und wir waren auf der S3 hier Patrick Zimmermann aber er ist aus dem Saarland Wir grüßen das Saarland Wilhelm Konjermann aus Nordrhein-Westfalen 2 4 5 2 2 6 7 4 2 4 7 1 3 3 3 8 Harald Klenz aus Neubrandenburg 2 5 4 4 Heike Prokop aus Wachtteburg 4 5 5 6 Sandro Schwarz aus Waldenberge Freistaat Thüringen 1 0 2 4 Thomas Laudal im Ziel Wann kommt der erste 30er? Wann kommt der? Moritz hat er gern gesagt, aber kurz davor Andreas Haag aus Krimitz 3 6 6 4 Heiko Nitz aus Rostock 3 0 5 5 Rieseler Schulze aus Berlin Sabine Helwig aus Grauswald 2 9 6 Julio Michaelis aus Rampel-Zwagel 2 9 6 7 Der erste Wanderer hier Der erste Wanderer, er holt 3 1 Über 30 natürlich Wie früher gestartet Ernst Albert Kaube 3 0 0 Leinart Norr aus Schneewittingen 3 0 0 Frank Reuschmann Frank Reuschmann aus Normühle Mein Nachbar Herzlichen Glückwunsch Nachbar Mario Schmidt im Ziel Jürgen Krause, Burgwedel Mario Marz im Ziel Lona Wissler in Bingbüttel und Petra hat den 30er Christian Hinckes in Ziel 2 4 1 7 1 2 0 3 7 Klasse Leistung hier Dirk Sacher auf Wendorf Stätsel Holstein 2 0 3 7 Torsten Kohl Thomas Henke Hein-Heinsteinfeld Holger Göttschen aus Kampo Olivia Meier im Ziel Petra Nürnberg aus Gera der Wüste Thüringen Petra Ackermann aus Sekusen Anger Tisch aus Stoppelsdorf Kai Brosin Karl-Heinz Ahlert aus Sukow Klaus Bartusch Jan-Ole Höppinger aus Rostock Franz-Villan Debusch aus Kibos Holger Müller aus Burg aus Sachsen-Anhalt Christoph Pechner aus Berlin 2-6-0-2 2-7-6-8 Peter Bürste aus Dresden Kreisstadt Sachsen Karina Sperling im Ziel Sabine Neumann im Ziel Stefan Buchwald aus Hamburg gibt es hier. Luise Hellling. Arndt Kitzner. Christian Klötsche aus Hörnburg. Wolfgang Tissner hat seine 6. Naufier. Ralf Föckner aus Parking. Glückwunsch an Ralf Ziegner aus Sachsen-Anhalt. An Birgit Jart aus Brandenburg. An Eva Krause aus Berlin. An Birg Schade aus Lübeck. An Stefan Brugge aus Berlin. Uwe Neckumfall. Standhaft bleibt Uwe. An Vanessa. An Ralf Kammerer. Eine Läufer-Scheie. An Nita Krien. Beifall für euch alle. Der erste Dreißige. Der erste Dreißige. 9, 7, 1, 4. Der erste Dreißige. Matthias Arnbeck. Matthias Arnbeck bei seinem siebten Lauf. Matthias Arnbeck aus Rostock. Dem ist die 30 Kilometer. Matthias Arnbeck. Matthias Arnbeck ist der Sieger. Matthias Arnbeck ist der Sieger. Ist der Sieger. Über 30 Kilometer. Über 30 Kilometer. Er kommt von der Ostenküste. Herzlichen Glückwunsch. Aber herzlichen Glückwunsch an alle, die hier teilnehmen. An Sandra, an Fabius Gottl aus Hamburg. Sie haben alle hier eine tolle Leistung. Gritt Schneider. Eine tolle Leistung vor. Gerade ist. Gerda Meebauer aus Baut. Dobera im Ziel. Und die Nächsten hier wieder. Odette Büster aus Freitze. Stefanie Grunenberg im Ziel. Jörg Wenig aus Kühlungsbohr. Dirk Lennschümern aus Mittempöden. Decky Schweiz aus Herrn Steinfeld. Annette Lent im Ziel. Huckel Vorwärts im Ziel. Hanna Wenzel im Ziel. Norbert Bauer geht über den Zielstrich. Jana Meier im Ziel. Matthias Struck aus Gadewusch. Glückwunsch an die Nächsten. An Harry Stiegles aus Berlin. Karin Lange aus Brothagen. An Vincent Schulze aus Salzwede. Florian Rumpreit aus Hamburg. Axel Walske. Steff Wischinger aus Haft-Bergen. Steff Stiefelmannig. Trauke Pröbel aus Niedersachsen. Stefan Rügel aus Brüsewitz. Klaus-Michael Thoms aus Bentwitsch. René Schilkos aus Schwerlin. Jana May aus Halle. Christoph Haas aus Hamburg. Bei seinem zweiten Lauf hier. Menschfried Frank Stammer aus Dreistadt Sachsen. Janin Aris aus Kleinmachow. Janin Aris aus Kleinmachow. Axel Rhein aus Schönwalde. Andreas Kogler aus Berlin. 2-9-0-1. 0-1. Tim Trafung aus Kottbus. Wir müssen die Striebein. Berorita Kaczbeck. Hartmut Stramka im Ziel. Jonas Jürgen Päuser im Ziel. Axel Hoppel und Steffi. Steffi noch 115. Steffi Schubert aus Röckendorf. Evelin Schmidt aus Brug aus Sachsen-Anhalt. Peter Strunz aus Buchholz Niedersachsen. Und Beifall für Ines Gude aus Cottbus. Willi Mahler hier noch mal motiviert die letzten Meter. Die Leute noch hier. Hans-Peter Wild aus Wittenfölten. Alte Handballvorwart hier. Sarah Selbam aus Kiel. Wir grüßen in Kiel. Sarah Selbam. Josef Lampermann aus Brugstorf. Glückwunsch. Jetzt kommt Marmela Gitzahl. An Doris Kinde aus Marlo. Martin Neubauer. Jana Pfünnig. Ronald Tag im Ziel. Ulrike Schöne. Glückwunsch an euch alle. Hans-Jahre für Nachstadt. Von Jana und Schöne. Eine hervorragende Druckerei, kann ich nur sagen. Annegret Schröder aus Schneewerdingen. Katrin Spanitz aus Burgettstedt. Dietmar Hörnig aus Dresden. Wir grüßen Sachsen. Uwe Hasenberg im Ziel. Rudiger König aus Berlin. Birgit Krümer aus Manker Brandenburg. Matthias Lück im Ziel. Bei seinem zweiten Auffiel. Birk Saarland aus Lübeck. Lübeck auch stark vertreten hier. Ute Ahrens aus Gütersloh, Nordrhein-Westfalen. Katja Preuß, Hahn aus Lübeck. Henry Schulz im Ziel. Und der nächste, Claudia Lochauer ist das. Wolf Kahnemann im Ziel. Der zweite Dreißiger. Der zweite Dreißiger. 6-0-9. Das ist André Schröder. Schröder aus Rostock. Doppelsieg für Rostock hier. André Schröder aus Rostock. Zweiter Platz. Jawohl, das freut sich berechtigterweise. Die erste Leistung. Die S-32er kommen von Nordseeküste. Sie kommen aus Rostock. Und weiter geht es hier mit André Schröder. Und Wolfgang Karow aus Ruppertal. Die größte Partnerstadt. Elke Nachtigall aus Rehner am Ziel. Auf Glück und Schreie. Alle natürlich. Geld Ricken auf Dahlbeck. Der dritte Dreißiger hat sie angekündigt. Aber jetzt geht es jetzt noch weiter hier. Ellen Hacker aus Straußberg. Reine Schutz aus Berlin. Und das ist die nächste Läufe der Glorik-Gedonat aus Salzbitte. Fernd Reister aus Dresden.